Den Zusammenfluss von Zeiteinheiten, auch das wieder der edukative Part präsentiert von Tickmill und mir, Mike Seidel. All die Dinge, die wir hier miteinander in den nächsten Minuten auch besprechen werden, sind in ihrer Umsetzung natürlich riskant. Das heißt, wenn Sie hier das Ganze im Handel von Devisen und CFDs mit Margin ausführen, dann kann das zu Verlusten führen. Und Sie riskieren in diesem Zusammenhang Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Worüber sprechen wir? Wir sprechen in diesem Webinar über den Zusammenfluss von Zeiteinheiten. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen, wie sich Trendgrößen innerhalb einer Zeiteinheit verschachteln. Das heißt, wir sprechen jetzt in der Agenda noch mal kurz über das Thema Trends Kompakt, dann über Zeiteinheiten. Und dann sprechen wir über das Ineinanderfließen von Zeiteinheiten. Zum Thema Trends Kompakt ist einiges Wichtiges zu sagen. Das ist eine kurze Zusammenfassung zu diesem Thema, wo wir Trends in Chart einer Zeiteinheit analysieren. Wozu dienen Trends? Trends sind Grundlage diverser Handelsstrategien. Sie werden genutzt zum klassischen Handel von Trends, von Bewegungen oder auch vom Korrekturhandel. Sie dienen zur Bestimmung von Punkten zur Gewinnmitnahme und zum Ableiten von Absicherungspunkten. Also all diese Dinge können wir in einer Zeiteinheit, in den Trendverläufen der Zeiteinheiten sehen oder der direkten Zeiteinheit, die wir als trendvorgebende Zeiteinheit auch nutzen. Und wir wissen heutzutage, wenn wir uns viele, viele Handelsstrategien auch anschauen, dass sehr, sehr viele dieser Handelsstrategien auf Grundlage von Trends beruhen. Und aus diesem Aspekt heraus ist es wichtig, dass wir als Händler in der Lage sind, Trends innerhalb von Charts sehr, sehr sauber sozusagen zu finden, herauszufiltern und auch genau sagen zu können, sind wir denn jetzt in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend beziehungsweise stehen wir innerhalb einer Bewegung oder stehen wir innerhalb einer Korrektur eines solchen Trends. Und in dem Thema Trendkompakt, also Kombination von Trends innerhalb einer Zeiteinheiten mit den großen, mittleren und kleinen Trends, hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass es abhängig davon ist, wie nah sie am Markt sozusagen sind. Und diejenigen von Ihnen, die sehr, sehr nah am Markt sind, die nutzen für die Trendbestimmung immer den Trend, der jetzt aktuell gerade vorhanden ist. Das heißt, das, was wir momentan sehen, ist der aktuelle Trend und der wird getradet. Und in diesen Trends, in diesen doch kleinen Trends, kommt es halt häufig dazu, dass wir nicht genügend Raum haben, damit sich untergeordnet ein Trend sozusagen herausbilden kann. Und dazu ist es dann notwendig, dass wir auf die untergeordneten Zeiteinheiten herausgehen. Das heißt, innerhalb der Charts, wie ich das gerade auch gesagt habe, ist es so, dass innerhalb einer Zeiteinheiten verschiedene Trendgrößen ineinander fließen. Die kaskadieren sozusagen von klein nach groß in ihrer Entstehung. Und wenn ein Trend bricht, dann fängt das auch immer im Kleinen an. Das heißt, zuerst bricht der kleine Trend und danach geht es in die größeren hinein. Und ähnlich, wie wir das beim WTI beispielsweise gesehen haben, das zeige ich Ihnen gleich mal im Chart, den wir hier haben. Mit dem WTI, da hatte ich das ja angekündigt sozusagen, dass wir hier in diesem Bereich den übergeordneten Markt in der Long-Richtung entsprechend haben. Das heißt, hier mal der Zusammenfluss von verschiedenen Trendgrößen innerhalb eines Charts. Also das ist jetzt hier sozusagen der entsprechende Aufwärtstrend, den wir hier in diesem Markt haben. Und wir sehen auch, dass die Korrekturen und Bewegungen uns innerhalb der Charts auch die Möglichkeit geben, untergeordnete Trendverläufe zu sehen. Und das ist jetzt hier in diesem Fall, in dieser letzten Bewegung, der Fall. Ich mache das mal ganz kurz etwas größer. Wir haben hier sozusagen jetzt einen untergeordneten Trend, den wir hier sehen können. Ich mache das für Sie mal noch in einer anderen Farbe, in schwarz. Und dann mache ich das mal ganz kurz etwas dicker noch, damit wir das Ganze besser sehen können. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass wir untergeordnet einen Bewegungstrend in die aufwärtsgerichtete Situation haben. Und jetzt haben wir hier halt diesen übergeordneten Aufwärtstrend, der in seiner letzten Bewegung einen Aufwärtstrend auch hat. Das heißt, das ist der Bewegungstrend. Hier fließen zwei Trendgrößen innerhalb einer Zeiteinheit ineinander. Und wenn dieser Trend gebrochen wird, dann wissen wir halt auch, wenn der kleine Trend bricht, dann fängt die Korrektur hier entsprechend an. Und in Situationen, wo wir beispielsweise das hier sehen, dass wir untergeordnet innerhalb der Korrektur des Bewegungstrends keine entsprechenden Trends sehen, dann, das sind die Situationen, in denen es clever ist, wenn man in die untergeordneten Zeiteinheiten schaut, um hier ziemlich früh mitzubekommen, wann steht ein Trendwechsel an. Das heißt, wann fängt hier oben die Korrektur an, beziehungsweise wann wird so ein Trend gebrochen. Dass man diese Dinge auch relativ früh mitbekommt und man kann das dann auch dazu nutzen, relativ früh in den Markt hinein einzusteigen. Also das zum Thema, diese Kaskadieren von klein nach groß und umgekehrt. Wir wissen auch, in hochliquiden Märkten wie dem Forex-Markt gibt es bis zu vier Trends. Und wie schon gesagt, die Entscheidung, welche Trendgröße Sie handeln, ist abhängig von der Nähe, die Sie persönlich hier zum Markt haben. Das heißt, das muss auch immer alles zu den Lebensumständen passen. Also hier haben wir die Trendgrößen. Wir haben den Großen, den Mittleren, den Kleinen und entsprechend den kleinsten Trend, den wir innerhalb einer Zeiteinheit sehen können. Und diese Trends bestehen aus dem Trend an sich, aus den Bewegungen und aus den Korrekturen. Das hier in der Zusammenfassung. Hier mal visuell, dass man einfach sagt, okay, wie sieht es denn momentan aus? Wir haben innerhalb von Chartbildern diverse Trends. Wir haben Situationen, wo wir sehen, ein alter Trend wird gebrochen. Wo können wir einsteigen? Was sind Einstiegsgebiete? Wo können wir hier entsprechend dann Märkte analysieren? Wo wir Gewinnmitnahmen machen können? Wo Händler nach uns folgen, die auf der Kaufseite sind? All diese Dinge können wir hier sehr, sehr schön aus dem Trend einer Zeiteinheit herausnehmen. Jetzt schauen wir sozusagen in den Markt mal hinein zum Thema der Zeiteinheiten. Das heißt, hier haben wir die entsprechenden Größen des ursprünglichen Trends, die wir beobachten. Also beispielsweise, ich gehe noch mal ganz kurz in den WTI hinein. Wenn wir hier die unterschiedlichen Trendgrößen ineinander haben, dann haben wir ja jetzt hier die Situation, dass wir den Bewegungstrend haben. Und wenn der Markt hier unten drunter läuft, wird der entsprechend gebrochen. So, was wir jetzt hier sehen ist, wir sehen hier entsprechend die Korrektur im Ölmarkt. Und diese Korrektur hat uns jetzt dazu gebracht, dass wir schon hier oben erste Umkehrsignale haben, die wir allerdings nicht im Verlauf des Tagestrends gesehen haben. Das heißt, von dieser Seite her ist es halt gut, wenn wir hier in die untergeordneten Zeiteinheiten hineinschauen. Und das machen wir wie folgt. Wir sehen den trendlosen Verlauf in der trendgebenden Zeit. Das heißt, wir sehen im Tagesschart, wie wir das gerade beim Öl gesehen haben, nicht hier diese Bewegungen und Korrekturen, wie das vorher der Fall war, sondern wir sehen einfach einen solchen Rutsch nach unten und dann irgendwann eine Kerze, die vielleicht rumdreht. Und das sind die Dinge, da sehen wir im Tagesschart beispielsweise, wenn der Tagesschart unsere trendgebende Richtung ist, sehen wir nichts, wo wir eine Trendgröße miteinander kombinieren können. Aus diesem Grund gehen wir hier in die direkt untergeordnete Zeiteinheit. Das heißt, die Zeiteinheit, in der der entsprechende Trendverlauf ersichtlich ist. Das heißt, das wäre dann entsprechend hier dieses Bild. Wenn wir nochmal in den Metaträter zurückgehen und uns das Ganze hier anschauen, das heißt, diesen Bereich, den wir jetzt hier haben, wenn wir uns das mal in der Stunde beispielsweise anschauen, dann können wir hier relativ schnell erkennen, wo der Bewegungstrend hingelaufen ist. Das heißt, wir sehen hier, dass wir hier oben einen ersten Wechsel hatten. Sehen Sie das hier oben? Hier lief vom Prinzip her in der Stunde der letzte Schub nach oben. Der ist dann sozusagen hier erstmal gebrochen worden. Es gab nochmal einen Hoch und dann ist sozusagen ein Abwärtstrend nach unten gerichtet entstanden. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Level. Und dann haben wir hier, ich zeichne Ihnen das mal ganz kurz ein, einen doch sehr, sehr wichtigen Bereich gehabt, wo der Markt von unten nach oben rausgekommen ist. Und wenn wir das uns mal betrachten auf den Tagesschart, dann sehen wir hier, dass dieser Bereich, den ich gerade im Stundenschart markiert habe, sozusagen unter dieses Tief hier drunter gelaufen ist. Das heißt, da gab es definitiv die Situation, dass der Markt doch deutlich nach unten gelaufen ist. Und hier sehen wir innerhalb dieser Kerzen den Trendverlauf sozusagen des Stundentrends, können wir hier schon sehen. Das heißt, wir wissen, dass sich hier oben ein Abwärtstrend gebildet hat, der gegen diesen vorhergehenden Bewegungstrend hier stand. Das sehen wir in der Stunde. Also das ist die Situation, die wir hier sozusagen in der Stunde auch miteinander beleuchten konnten. Wir hatten hier sozusagen schön den nach oben laufenden Markt, den nach oben laufenden Trend. Wir hatten hier oben die Korrekturen. Und hier ist dieser kleine Bewegungstrend gebrochen worden. Dann gab es zwar nochmal einen Schub nach oben, aber dann hat sich das Ganze nach unten fortgesetzt und schön dynamisch nach unten gelaufen. Und das ist der große Vorteil, wenn wir hier entsprechend die Zeiteinheiten miteinander kombinieren und sozusagen genau lesen, was in den kleineren Zeiteinheiten hier am Markt passiert. Das heißt, hier sehen wir in der untergeordneten Zeiteinheiten den Trendverlauf und wir wissen genau, wann ein Aufwärtstrend bricht und wann ein Abwärtstrend bricht und wir wieder in eine übergeordnete Trendrichtung beispielsweise mit hineinlaufen sozusagen. Und das sind die Dinge, die wir aus den Trendgrößen auch mit sehen können. In diesem Bereich ist es halt wichtig, dass wir diese Trendgrößen gut miteinander zu kombinieren wissen. Das heißt, wir sehen die Trends der untergeordneten Zeiteinheit im Trendchart. Sehen wir hier, der Trendchart ist dieser hier. Das wäre sozusagen der Markt, der hier nach oben lief. Und jetzt haben wir hier die letzte Bewegung sozusagen beispielsweise mal am Blick. Und hier sehen wir einfach nur einen Schub nach oben. Und für diejenigen von Ihnen, die dann sozusagen hier mal aus dem Tag in die Stunde schauen, die würden dann beispielsweise diesen Bewegungsschub entsprechend nach oben mit sehen können. Das heißt, das wäre hier schön der Markt, den wir hier nach oben laufen haben. Das ist so, sieht das Ganze in der Stunde aus. Das heißt, hier haben wir nicht wirklich viel, wo uns gute Handelssignale angezeigt werden können. Aber hier unten an dieser Stelle, da sehen wir den Trendverlauf. Und diesen untergeordneten Trendverlauf, den können wir sehr gut dazu nutzen, sozusagen aus der untergeordneten Zeiteinheit reinzugehen. Das heißt, wir haben hier einmal den Trendchart in dem Tag und hier den Signalschart in der Stunde. Und die Stunde gibt uns dann sozusagen die Signallage, wenn wir in der tiefen Korrektur beispielsweise sind, dass wir wieder in die Long-Richtung treten können, weil der Markt in dem Tag gibt uns ja die aufwärtsgerichtete Situation hier entsprechend auch vor. Was sind denn bewährte Kombinationen im Handel? Warum schauen wir da drauf? Es gibt hier immer wieder die Frage, na welche Zeiteinheit kombiniere ich denn nun miteinander? Und hier ist es halt ganz, ganz wichtig, dass Sie es schaffen, dass Sie keine Trendgröße bzw. keine Zeiteinheit überspringen. Das heißt, hier sind bewährte Kombinationen Woche mit dem Tag, der Tag mit der Stunde, der Stunde-Chart mit den 15, 10 oder 5 Minuten. In 24-Stunden-Märkten, wie beispielsweise dem Forex-Markt, wird hier häufig auch noch kombiniert, der 4-Stunden-Chart mit dem 15, 10 oder 5-Minuten-Chart. Und das Ganze wird deswegen gemacht, dass wir uns fokussieren können auf die trendgebende Richtung. Und zwar wird hier im Trend-Chart immer der aktuelle Trend gehandelt. Also das, was gerade da ist, wird getradet. Das heißt, mit Blick auf den WTI beispielsweise, wenn wir uns den Tag mal anschauen, wenn wir hier die Situation haben, dass der Markt unter dieses Level läuft, was wir ja momentan jetzt machen, dann sehen wir ja schon, wir haben hier diesen Bewegungstrend, den ich hier schwarz eingezeichnet habe, der ist jetzt definitiv gebrochen. Punkt. In einer starken Bewegung. Wenn wir jetzt allerdings in die Stunde hineinschauen, wir haben jetzt hier noch keinen Trend, wenn wir jetzt in die Stunde hineinschauen, dann haben wir hier die Situation, dass der Markt nach unten läuft. Und dann haben wir sozusagen hier den Beleg dafür, dass wir einen Abwärtstrend haben. Und dieser Abwärtstrend ist gültig. Und den können wir dann entsprechend zum Traden nutzen. Das heißt, hier fokussieren wir uns gerade im kurzfristigen Handel auf den Trend, der gerade da ist. Und im Öl ist der jetzt abwärts gerichtet. Das heißt, für den kurzfristigen Handel gibt es nur den Trend, der gerade aktuell da ist. Da werden keine Trendgrößen miteinander kombiniert. Und da macht es Sinn, in die untergeordnete Zeiteinheit hineinzuschauen. Und wenn wir hier die Trends sozusagen alle in die gleichen Zeiteinheiten fließen haben, dann können wir sehr profitabel von der kleineren in entsprechend die größere Zeiteinheit handeln. Das heißt, wir sollten hier aus Trendsicht beispielsweise jetzt hier abwarten, die Stunde. Wir sehen, das steht weit in der Bewegung. Das heißt, hier sollten wir das Ganze so anstellen, dass wenn wir in die Stunde hineinschauen, dass wir einfach mal abwarten, bis der Markt uns hier eine Korrekturmöglichkeit gibt. Das heißt, wir haben jetzt hier eine sehr weit gelaufene Bewegung. Und was wir jetzt hier sehen wollen, wäre sozusagen ein Rücklauf. Je weiter der Rücklauf ist, je profitabler kann das Ganze dann werden. Und wenn der Markt hier oben dann anfängt, rumzudrehen, dann haben wir die Situation, dass wir aus der Korrektur heraus die Umkehrsignale traden können in Richtung der Kurse hier entsprechend auch nach unten. Also das mal hier zu diesem Thema im WTI als Beispiel für die Kombination dieser Zeiteinheiten innerhalb der entsprechenden Trendvorgabe. Und wenn beispielsweise drei Zeiteinheiten ineinander laufen, abwärts gerichtet im WTI, wäre das beispielsweise, dass der Tag jetzt auf Bewegungsbasis abwärts gerichtet ist. Die Stunde ist mittlerweile auch abwärts gerichtet. Und wenn die dann in die Korrektur geht und die fünf Minuten dann beispielsweise auch wieder abwärts gerichtet läuft, dann hätten wir drei Zeiteinheiten, die ineinander fließen. Und das ist dann hoch profitabel. Das heißt, wenn wir das beispielsweise, was wir jetzt hier in der Stunde sehen, uns mal in den 15 Minuten beispielsweise anschauen, dann haben wir die Situation, auch die sind tief in ihrer momentanen Bewegung gelaufen. Und das wäre jetzt interessant, wenn wir hier, schauen Sie, das ist mal der Trendverlauf der Stunde, den wir betrachtet haben. Und wenn die Stunde jetzt hier hochläuft und in den 15 Minuten beispielsweise hier kurzfristig einen sozusagen einen Aufwärtstrend bildet, und ich skizziere Ihnen das mal ganz kurz vor, wie das dann visuell im Chart auch ausschaut, wenn hier ein Aufwärtstrend gebildet wird, dann haben wir die Situation, dass der Markt uns hier die Korrektur gibt und wir hier schön nach oben laufen. Und wenn der Markt dann wieder in die Situation hineinläuft, dass wir hier den Aufwärtstrend brechen, das heißt, hier nochmal einen Schub machen und die 15 Minuten dann entsprechend wieder rumdrehen, dann haben wir hier das erste Signal, dass sozusagen der Markt hier nach drüben läuft und wir sozusagen das Handelssignal bekommen, jetzt aber los, jetzt kann der Markt hier nach unten getradet werden. Das heißt, sobald es dann in den 15 Minuten einen Abwärtstrend gibt, laufen die 15 Minuten in Richtung des Abwärtstrends der Stunde, in Richtung der momentanen Abwärtsbewegung des Tages. Und dann haben wir drei Zeiteinheiten, die gleichzeitig ineinander laufen und das kann sehr, sehr profitabel zum Handel hier entsprechend auch genutzt werden. Und hier das Ganze mal noch visualisiert sozusagen innerhalb eines Aufwärtstrends, das heißt, die Trendwiederaufnahme würde dann entsprechend losgehen, wenn der Markt hier aus der Korrektur sozusagen rauskommt. Hier haben wir entsprechend die Korrektur gehabt im Markt, dann ging es hier hoch, hier wurde der Korrekturtrend entsprechend gebrochen und dann läuft es oben und dann können wir wieder in die Long-Richtung gehen. Also das mal anhand einer Visualisierung. Wenn man das Ganze im feinsten Bereich hier natürlich sieht, dann kann man auch sagen, okay, das hier war entsprechend der letzte Abwärtstrend. Hier hat sich ein Aufwärtstrend gebildet, der hier dieses Trend hoch unten rausgenommen hat. Wir wären noch etwas früher hineingekommen in diese Dinge. Also das sind Dinge, da sehen Sie, da gibt es so ein bisschen Feintuningsmöglichkeiten, welche Zeiteinheiten Sie dann wählen. Und wenn hier der Tag die Voraussicht ist und der Tag long ist, dann macht es halt Sinn, nur Long-Signale auch aus den untergeordneten Zeiteinheiten hier entsprechend zu traden. Das zum Thema Zusammenfluss der entsprechenden Zeiteinheiten. Ich hoffe, das Ganze bringt Sie im Trading etwas weiter, um auch die entsprechenden Handelssignale zu finden, die Trends und die untergeordneten Zeiteinheiten sauber auch zusammenzuführen, hier keine Trendgrößen bzw. keine Zeiteinheiten in diesem Moment auch zu überspringen und das Ganze sehr effektiv für Ihren Handel zu nutzen. Wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie einfach auf uns zu. Schauen Sie auf die Website, da finden Sie alle Kontaktdaten. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und sage viel, viel Erfolg im Trading und wir sehen uns dann beim nächsten Webinar an dieser Stelle mit dem nächsten Thema auch weiter. Das finden Sie dann auch entsprechend in den Ausbildungsbereichen hier auf YouTube für Sie gespeichert.